Herzlich Willkommen zurück! Er hat gerade am Anfang so schäbig gelacht, ja, es war er! Er hat sich verpisst, weil ich gesagt habe, weg mit den ganzen Bäumen! Was, sagst du nochmal? Äh, bleib da mit den ganzen Bäumen! Wir freuen uns sehr! Scheiß Bäume! Ach, Quatsch! Und die Bäume könnt ihr ja alle gar nicht leben, also kacke! Fickt euch, ihr Umweltverschmutzer! Oh man! Und die Bäume könnt ihr ja nicht leben, ihr Schweine! Ratsch mal, wie lange ich den Scharfskin schon habe. Den hast du schon seit ich das erste Mal auf deinen Server gejoint bin. Das heißt, schon zwei, drei Jahre. Ja! Damals hieß ich noch Herobrine. Ja, ey. Ich so, ach ne, ey, das ist voll der Opfer, ja, ey. Ich weiß noch damals da, wo ich da bei dir auf dem Server so ganz nochmal rumgelaufen bin, dann auf einmal haben sie gesagt, Herobrine, du bist ein Hacker! Ich so, hä, warum? Ah ja, in letzter Zeit tummeln sich auf so einem Server, tummeln sich da auf Servern so ein Typ namens Herobrine rum, der tut den ganzen Server hacken, hab ich alles gesagt, ne, ich bin das, ich bin das, haben sie gesagt, ja, ja. Hab ich dann gesagt, ja, Junge, ich kenne den, ich kenne den Admin persönlich. Und der so, ja, 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 komm. Das hab ich voll gefängt. Wie hieß ich denn danach? Ähm. Kronk. Ich war Peter Hanswurst. Oh, lecker. Ich muss mir unbedingt noch den anderen Minecraft, äh, wie funktioniert denn das jetzt noch? Ich hab noch Minecraft-Account, aber der hab ich noch nicht gekauft. Nur aktiviert, wegen dem Namen. Hehehe. Damals schon. Vor etlichen Jahren. Cool. Oh, scheiß nicht. Alter, das war okay, ich fick euch jetzt auf, du hast. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollt's nicht, ich hab das nicht. Ich bin seit, seit Tagen schon hier unterwegs, äh. Und kommst du dann einfach heim? Weil ich's grad so geil finde hier. Oh, so. Okay. Ist das Eis? Ähm, tolles Eis. Oh nein, ich will nicht. Boah, der Piss hat ge... Ich geb dir einfach mal Mittagszeit ein. Okay, war so ein Schwein. Ich brauch unbedingt bald ne neue Festplatte, weil die ist irgendwann mal voll. Also... Früher, früher war ich so, äh, also nicht dämlich. Früher hab ich halt, ähm, die gerenderten Sachen und die ungerenderten Sachen aufgehoben, ne? Also, dass ich immer noch, ähm, das Original hab, das aufgenommen, ne? Oh. Der war innerhalb von zwei Tagen meine Festplatte voll. Oh man, äh, ich versteh's nicht, warum ich das aufheben konnte, äh, äh. Kann ja auch mal passieren. Ja, ja, der, der, der normale, also alle gerenderten Sachen, die sind schon um, um die 300 GB groß, der ganze Ordner. Mit den ganzen Let's Plays. Oho. Äh. Allein Minecraft hat schon um die 70 oder so. Krass, oder? Ich versteh mein Mikro nicht, äh, das... Ich zock jetzt auch mittlerweile über zwei Bildschirme. Ja, hast schon gesagt. Echt? Es schwirr ist... Wo tinklst du denn drum? Ich seh da als Schafe und denk, das wärst du. Geil. Komm. Oh, jetzt hab ich ne Kartoffel. Mir gehen auch langsam die Kartoffeln aus. Ich hab schon lange kein Essen mehr. Ich hoffe nur, das sieht dann geil aus. BAM. So. Ich pimmel hier schon die ganze Zeit in der Landschaft da rum, äh. Also gerade... Er hat Pimmel gesagt. Ach, Sven. Ach, Sebastian. Wir müssen uns auch mal so treffen, ey. Du wohnst nicht weit weg und wir... Wir skypen nur. Du wohnst ja noch in Büttelborn, oder? Ja, sag noch mal in Heimatort. Du Depp. Ja, wohn ich. Ja, äh... Ne, lüg's. Äh... Ja, ist wunderbar. In so'n kleinen Kaff, ne? So neben der Autobahn, ne? In so'n kleinen Kaff, ne? Wie geht denn nicht neben der Autobahn? Um Gottes willen. Hey, Sumpfbionom, ich will hier weg. Ich wohne in so'n kleinen stillgelegten Dörfchen, wo ab und zu Leute abgeschlachtet werden. Ja, äh... Von mir umgefahren werden. Ich fahr immer durch und denk dann immer an dich. Doch. Aber nicht, stirbt der. Hey, genau. Boah. Schon krass. Ich hab' mich schon tausend Blöcke von dir entfernt. Mhm, mhm, mhm. Ach, Sven. Ich mach' mal mein Haustelefon wieder an. Er ruft deinen Freundin aber alles an. Oh, Mann. Hör auf, hör auf. Hör auf. Weißt du, die will reden. Ich sag' morgen. Die will reden. Ich sag' morgen. Ich hab' jetzt keine Zeit. Ich lass' es lieber. Es versaut nur alles. Pfff. Äh, jetzt hab' ich meinen zweiten, äh, meinen zweiten Bildschirm ausgemacht. Pfff. Weil der mit Touch ist. Echt? Loll? Äh. Gibt's nen Touch-Bildschirm? Nein, nicht Touch. Äh, die Tastenfunktionen sind Touch. So, ich hab' schon gedacht, sind wir so schon so fortschrittlich? Nein, ich bin noch nicht, äh, außerdem funktioniert das noch gar nicht bei Windows 7. Touch. Was hast du für ein Windows 7? Ich hab' Ultimate. Keine Ahnung. Oh, da ist mal Axtbutt gegangen. Ja, ich pimmel meine hier Bäume ab. Ich bin weit genug. Ich such' die ganze Zeit Dschungelholz. Das deswegen. Warum? Warum nicht? Ich hoffe, Minecraft so oft ändert Minecraft nicht, äh. Hoffe ich auch mal. Oh, da kommt bestimmt nix Gutes raus. Microsoft hat's ja schon öfters gemacht, so, äh, Spielentwickler aufgekauft. Da ist sehr, sehr, sehr selten was Gutes rausgekommen. Und ich versteh's nicht, wie Notch ja sagen kann, äh. 2,5 Milliarden Euro, das ist ne Menge Geld, da können deine Enkel, die Enkel von deinen Enkeln können da noch davon leben, ohne in den Finger zu kommen. Ja, aber als Spielentwickler, äh, wo ein gutes Spiel entwickelt hat, ne? Das geb' ich doch nicht so her. Naja, der Notch, der, was, dauert jetzt wieder so lang, bis ich das erklärt hab. Guck mal. Ja. Ich versteh's nicht. Alle Minecraft-Zocker, die werden uns verstehen. Schau's mal auf, ja. Ja. Was? Der Notch soll erstmal, hätte am besten, also, äh, Entwickler hätte erstmal uns fragen sollen. Uns ganzen Spieler. Wie, was er dafür, was wir davon halten. Hätte jeder nein gesagt. Ich glaub, mit, ähm, zu, äh, zum dritten, drei Viertel, die ganzen Spieler hätten nein gesagt. Könnte sein, ja. Aber so genau weiß es niemand. Ja. Du könntest mal schlafen gehen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Du musst. Ja. Ich kann das nicht machen. Oder das. Ist genauso wie schlafen. Ich hab keinen Bock hier zu schlafen. Ich mach die Nacht durch. Oh, hab ich noch. Ja. Oh, du hast grad Schaden bekommen, ich hab's gehört. Hehehe. Ich glaub, mir hat's wehgetan. Äh, bei mir lädt die Welt irgendwie nicht nach. Ah, doch jetzt wieder. Ähm, wie viel Holz brauchst du ungefähr? Sehr viel. Okay, ich bin hier grad am Wald angekommen. Äh, Darkwood Holz, ja super. Ja. Ich schacke noch so ein paar Beile grad. Mach nicht so viel von dem guten Holz weg, ne? Ja, ich tu dir auch wieder ansetzen. Ich bin, ich bin nicht umsonst für dich so weit gereist. Ach, das ist aber nicht von dir. Ja. Ja. Ja, dass wir auch bei uns in der Nähe die Natur nicht zerstören. Ja, das ist, das ist wichtig so, ja. Ich tu sie ja noch anfangen. Äh, ich hab momentan 1, 2, 3, 4, 6, 8 Stacks oder so. Boah. Ich hab so 2 und 59. Das laggt hier grad übelst, ich weiß auch nicht warum. Lack, leck, leck, leck mich an meine Kartoffeln. Ah, ich werfe immer noch die andere an. So. Genug mit der Nachhaltigkeit. Vom beiden sieht der Bausch und war eigentlich nicht so glücklich. Ich verstehe, Notch, nicht. Mich ärgert das immer noch. Ich verstehe wohl keiner so genau. Keiner weiß genau so genau Bescheid. Denke ich mal. Ui. Oh, das war Birke. Bum 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 bum. Ich hab schon, glaub ich, mehr als 30 Bäume gefällt. Boah, das ist schlecht. Hast du Spaß daran gehabt? Ja, ich mach weiter. Boah, Sven. Müsst du mich heizen? Ja, ich glaub die Axt hält bei mir irgendwie unendlich. Wenn sie auch noch wieder kommen. Guck, die geht bei mir kaputt, dann drücke ich Q um rauszuwerfen, dann ist sie wieder da und hält sie so 10 Bäume oder so. Hacker, Cheater, Glitcher, Bug-User. Äh, die baut ja das Holz auch schneller ab, das finde ich ja so geil. Sag die Folge. Folge. Ähm. Haben noch paar Minuten. Wollen wir die Folge noch zu Ende machen? Dann würde ich auch aufgehen. Echt? Ja. Du musst mich aber, du musst mich dann aber nur noch zu dir porten. Ja, kommt noch. Gleich, warte. Hier sind grad so viele Bäume. Boah. Ich glaub, da steht dann nur noch Birkenholz da. Hast du Birken ab Holz nur? Nö, ich, äh, ich baue nur das normale Holz ab, aber die Birken lasse ich stehen. Aha. Warum die nicht so? Weil die Natur musste auch hier noch bleiben. Naja, hast du auch genug? Ey, der Glitch, das funktioniert immer wieder. Ich hab, die Axt ist bei mir schon mindestens 10 Mal kaputt gesprungen. Mein Inventar ist gleich voll mit Holz. Boah. Ach so. Da ist, da ist meine Axt schon wieder. Warum? Die ist ja auch wieder da, wie bei dir. Geil, oder? Total geil. Ich glaub, die geht niemals kaputt. Kommt immer wieder. Kommt immer wieder aus dem Jenseits. Aber jetzt geht's bei jedem Baum kaputt. Das regt irgendwie ein bisschen auf jetzt. Boah. Da steht noch ein normaler Baum. Da stehen noch mehrere normale Bäume. Weg mit denen. Das gefällt mir aber nicht. So. Kurz mal nach außen hin. Bis jetzt auch. So, jetzt kannst du mich zu, jetzt kannst du mich porten. Ich bin portbereit. Tada. Hallo. Also, hier, bitte dein Holz. Bist du bereit? Ja. Aha. 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 Na, das ist ein bisschen übertrieben. Alter. Loll. Nein. Will ich nicht. Nicht so viel. Nein. Du hast gesagt, du brauchst ne Menge. Ja. Das sollte erst mal. Guck mal da. Wie findest du den Baum stumpf? Wo ist denn der? Irgendwo. Seht der sexy aus. Ah, ganz okay. Und wie willst du da drinne wohnen? Ich wohne in der Kuppel. In der Spitze dann? Ja, da mache ich so ein großes Blätterdach hin. Da kommt so ein großer Raum hin. Ansonsten tue ich mich unten in den Wurzeln so verbauen. Oh. Du willst, dass ich springe? Oh. Oh, schade. Ich wollte sie selbst schlagen. Ja, okay. Ich komm nochmal hoch. Oh. 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 Das gibt Rache. Kannst du jetzt mal aufhören, dass ich meine Sachen einschne? Nein. Oh nein, jetzt kommt doch. Nein, schnurren. Jetzt Schiss haben. Jetzt sich in die Hose fimmeln. Alles klar. Nein. Nein. Ah, meine Schaufel und so behalten. Ist klar. Was? Habe ich noch eine Schaufel? Ich habe da eine Schaufel nicht. Doch, hast du. Habe ich noch. Habe ich noch. Ah, der Kram liegt hier noch. Na, pimmelst du dich wieder rein? Ja? Ja. Hey, das wird langsam langweilig. Ja. Ja. Kannst du das? Ja. Ich habe nicht jedes Mal Bock. Toll jetzt. Ich habe nur einmal geschossen. Nein, Sven. Geh weg. Geh weg, Sven. Sven. Nein. Kannst du jetzt mal aufhören? Nerv langsam. Sei froh, dass ich keinen Bogen besitze. Scheiß Schaf, geh mir aus dem Weg. mma. Ich gehe mal aufs Schafsjahr. Oh Gott, nein, läuft da,ultur. Oh, schnell. nein, schnell weg! Die OG kommt durch die Bad Bänden! Schnell los, los, schnell! Oh nein! Oh, ich bin angespannt! Nein, er kommt! Nein! Ich kann nicht regenerieren! Durch die Bad Bänden! Los! Nein! Erstens, woher kenn ich dich nochmal? Nein, nein! Ich kann nicht mehr rennen! Wo bist denn du? Weißt denn du, dich hing-telepediert? In die Mine rein, ist klar! Kann dir auch die OP-Rechte wegnehmen? Wo bist denn du jetzt hingepimmelt? Ich hab doch nur Eier geworfen! Nein! Auf, komm! Mach den Bad jetzt zu! Auf, komm! Nein! Sven, nein! Auf, ich bin doch schon wieder draußen! Nö, ich glaub dir nicht! Doch, ich bin draußen! Was mach ich jetzt! Ja, okay! Ich bin draußen! Komm rein! Ich werde dann auch den Part! Nein! Nein! Glaubst du nicht! Ich bin draußen! Nein! Glaubst du nicht! Ich bin draußen! Ich bin draußen! Ja, guck! Da lugert er doch schon! Komm jetzt! Sonst will ich den Part nicht! 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 Nein! Ich will nicht! Ich weiß ja schon! Wo bist denn du hingeeiert? Du bist so ein Arschler! Ja, okay! Damit beenden wir die Fol- Ja, okay! Da steht überall scharfes Gleck im Haupt! Da stehst du! Wo ist der? Wo ist der? Nein! Ich seh den nicht! Wo ist der? Wo ist der denn? Dass ich ihn mal schaffe! Sven, mach jetzt! Los! Pende den Part mal! Sven! Mach jetzt! Und hiermit bende ich die Folge für heute! Und wir sehen uns in der nächsten Folge! Tschüüüss! Tschüüss!